Freundinnen und Freunde der Astrologie, eure Horoskope für den Mai sind jetzt online. Offen sein für Neues heißt die Devise. Dann wird es ein Wonnemonat, trotz einiger Aufregungen um die Monatsmitte. Es gibt auch wieder eine Verlosung, nämlich eine Beratung über Chiron, den inneren Heiler im Horoskop. Ich freue mich über euren Besuch auf meinem YouTube-Kanal. Alles Gute mit den Sternen!